Kann Babler Kanzler werden, trotz allem? Oder muss er vielleicht nach der Wahl doch den Sessel räumen? Genau das besprechen wir jetzt mit Ida Metzger von der Kronenzeitung. Herzlich willkommen im Studio und mit Paul Bartorell, unserem Kollegen von PULS24. Herzlich willkommen. Frau Metzger, zerbröselt die SPÖ da gerade vor alle Augen? Naja, Andreas Babler, wie man jetzt bei der Rede gesehen hat, er rennt um sein Leiberl, könnte man sagen, oder um das Kanzleramt. Also er ist voll emotional und versucht da wirklich jetzt quasi noch einmal Stimmung unter den Funktionären zu machen, damit die jetzt in den letzten vier Wochen des Wahlkampfs trotz der ganzen Krisen, die es in der letzten Woche gegeben hat, zu motivieren. Also man hat das jetzt wirklich gemerkt, er hat sich da quasi mit aller Energie, die er in sich hat, in diese Rede geworfen, um da quasi einen Schub in die Partei zu bringen, weil das war doch heftig, was da in der letzten Woche abgegangen ist. Aber sind es diese Querelen, die es momentan auch innerhalb der eigenen Partei gibt, vielleicht nicht auch eine Chance für Babler, dass er hier zeigt, er greift durch und er hat das Sagen? Ja, er kann durchaus in diesen letzten vier Wochen vielleicht noch ein bisschen Dynamik entwickeln, indem er vielleicht auch ein bisschen Wut mitnimmt sozusagen, eben weil ihm da der ein oder andere versucht hat, ein Hacker zu stellen, jetzt gerade in den letzten Wochen. Wir haben gesehen, die Umfragen ändern sich nicht großartig in den letzten Wochen vor einer Wahl, normalerweise historisch gesehen, aber gewählt wird am Wahltag, vorbei ist es noch nicht. Und Andreas Babler hat es auf jeden Fall verstanden, das haben wir, glaube ich, gehört heute, dass es um vieles geht und dass noch einiges möglich ist. Wenn er es tatsächlich schafft, dass alle die nächsten vier Wochen laufen, laufen, laufen in der Sozialdemokratie, wenn die Themenlage ihm vielleicht noch ein bisschen entgegenkommt, ist es durchaus noch möglich, dass er zumindest mit der ÖVP vielleicht in ein Rennen um den zweiten Platz kommt. Ich glaube, der erste Platz, der wird schwierig zu erreichen sein. Stichwort Themenlage, da gibt es heute wieder geharnischte Kritik von Andreas Babler auch an den Zuständen im Land. Kinderarmut ist ein Thema, das er da anspricht, wo er sich vehement dafür einsetzt, dass eben die Kinderarmut auch stärker bekämpft wird. Die anderen Parteien würden das viel zu wenig machen. Die Frage in Sie, Frau Metzger, redet Babler da auch so ein bisschen die Zustände schlecht oder hat er einfach auch recht mit vielen von dem, was er sagt? Oder tut er vielleicht auch ein bisschen den anderen Parteien sozusagen Unrecht, wenn er sagt, naja, die haben da jetzt die letzten 20 Jahre quasi versagt? Also ich kann jetzt nur eins sagen, als mein Sohn klein war, habe ich die Kinderbeihilfe bekommen. Es hat noch keinen klartes Kindergarten gegeben, es hat noch keinen Kinderbonus gegeben. Es hat auch nicht so ein Startgeld, also zum Schulstart ein Extrageld gegeben, was es jetzt gibt. Also es wird schon sehr viel für Kinder in diesem Land gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Ich war vor kurzem mit dem Professor Badl in einer TV-Diskussion, der quasi vorgerechnet hat und gesagt hat, die Zahlen, mit denen der Andreas Babler hier quasi auf die Bühne tritt, die stimmen so nicht. Er sagt ja quasi, jedes fünfte Kind kann sich in Österreich, also da können sich die Eltern die Winterschuhe nicht leisten. Also ich glaube, es würde auffallen, wenn in Österreich jedes fünfte Kind im Winter mit Sommerschuhen geht. Ich glaube, dass das zuspitzt, wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, das Thema ist ein sehr emotionales. Wer will schon Kinderarmut? Niemand, wenn er da die Bedingungen verbessern will, ist das ein heeres Ziel. Aber ich glaube, dass die Zahlen, die er da sagt, etwas übertrieben sind. Vielleicht hören wir uns auch ganz kurz an, was Babler da im Detail gesagt hat zur Kinderarmut, weil wir haben da einen Zuspieler. Heute, Ende August 2024, eine riesige Schande in diesem Land. 375.000 Kinder, Tendenz steigend über die letzten Jahre, denen man ihre Chancen nimmt. Die jedes Mal, jedes Jahr, wenn sie ein bisschen älter werden, mit ihren Eltern daheim reden, ein Stück weit ihre Träume zurückschrauben müssen. Weil sie mitkriegen, dass das halt alles nicht geht, weil die Ressourcen fehlen, die Mittel, die Infrastruktur nicht da ist. Immer ein Stück weiter zurückschrauben, seine eigenen Träume. Was tun wir diesen Kindern auch? Und dann haben wir auch ein engagiertes Programm gemacht. Nämlich, dass wir ein Kindergrundsicherungsmodell entwickelt haben. Wo wir allen Kindern vom Bregenzer Wald über die Großmetropolen in den ländlichen Raum, in alle Städte in Österreich, dieselben Chancen geben, unabhängig der Postleitzahl. Wir könnten mit dieser Maßnahme strukturell die Kinderarmut in diesem Land abschaffen. Für die Städte Sozialdemokratie. Sagt Andreas Babler also heute beim Wahlkampfauftakt der SPÖ in Linz. Ein weiteres Thema, und zwar ein sehr spannendes Thema, war auch der Umgang mit anderen Parteien. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Auch die FPÖ, die kriegt da ganz schön ihr Fett weg bei dieser Rede. Wir können kurz reinschauen, was Andreas Babler da über die Freiheitlichen, den Mitbewerber bei der Nationalratsfall gesagt hat. Der Zuspieler kommt in Kürze, aber wir können es vielleicht ganz kurz auch zusammenfassen. Andreas Babler sieht da einfach die Demokratie in Gefahr von Seiten der FPÖ. Waren doch immer vor der FPÖ, falls eben tatsächlich Kickl auch irgendwie Kanzler werden sollte. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das die richtige Strategie, zu zeigen, auf jemand anderen hinzusehen, zu sagen, der soll es nett werden. Aber gibt es auch Lösungen oder Problemlösungsvorschläge von Babler? Ich glaube tatsächlich, er macht es gar nicht so viel, wie wir es quasi wahrnehmen oder im Kopf haben, wenn man sich die ganzen Babler-Reden mal ansieht, von vorne bis hinten. Dann verwendet er oft, glaube ich, nur einen kleinen Teil auf den politischen Gegnern. Ja, es kommt immer wieder vor tatsächlich. Es kommt in den Kampagnen, glaube ich, auch öfter vor, in den Sujets online beispielsweise. Wenn man sich eine ganze Babler-Rede anhört, kommt es, glaube ich, eher wenig vor oder nimmt wenig Platz tatsächlich wirklich ein. Also von dem her, glaube ich, dass der Vorwurf nicht unbedingt zustimmt. Ich glaube, dass Babler als einer derer gilt sogar, der eher weniger über den politischen Gegner spricht. Zum Beispiel der Grünen-Chef Kogler macht das viel, viel mehr mit der Warnung vor rechts, glaube ich, als es Andreas Babler macht. Er verwendet, glaube ich, schon, das haben wir heute auch gesehen, den Großteil seiner Redezeiten. Und oft auch Inhalte tatsächlich, programmatische auch Lösungen aus seiner Sicht zu präsentieren. Jetzt ist ein weiterer interessanter Punkt, das Andreas Babler heute auch gesagt hat, da ist einiges schiefgelaufen die letzten 20 Jahre auch. Dazu muss man sagen, die SPÖ war in diesen letzten 20 Jahren durchaus auch in der Regierung. Zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Migration und Asylwesen geht. Frau Metzger, putzt sich Babler da so ein bisschen ab an seinen Vorgängern, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die SPÖ da ja durchaus mitverantwortlich war für vieles, was entschieden wurde? Ja, das wischt er vom Tisch, wenn man ihn darauf anspricht. Er sagt einfach, das Innenministerium war immer in den letzten 20 Jahren im ÖVP, beziehungsweise dazwischen auch in FPÖ-Handkurz. Und dafür ist die ÖVP, beziehungsweise die FPÖ verantwortlich. Er will das eigentlich, dass unter Faymann ein SPÖ-Kanzler war, das eigentlich nicht war. Und dass ja immer alles einstimmig in einem Ministerrat quasi beschlossen wird. Also die SPÖ war da durchaus an Bord, weil sie hätte ja die Einstimmigkeit verweigern können. Wäre natürlich ein Koalitionsbruch gewesen, hat man aber nicht erlebt. Also er hat generell, finde ich, da auch beim Sommergespräch vom ORF, muss ich sagen, glaube ich, manchmal eine nicht ganz glückliche Strategie, dass er vieles, was in den letzten Jahren in der SPÖ passiert ist, sich dafür entschuldigt oder sagt, dass ihm Fehler passiert, das ist natürlich für Funktionäre, die seit vielen Jahrzehnten dabei sind, nicht gerade motivierend, dann für ihn zu rennen, wenn er sagt, alles, was ihr gemacht habt, war es eigentlich in den letzten Jahren nicht gut. Kommen wir vielleicht auf die nächste Partei zu sprechen oder bleiben wir gleich bei der FPÖ, um es genauer zu sagen. Denn die FPÖ, die könnte jetzt tatsächlich auch mit anderen Problemen konfrontiert werden. Es geht um ein Video der Identitären. Ganz genau so ist es und dazu muss man aber auch sagen, die FPÖ bis jetzt ganz klar vor den sämtlichen Umfragen, wir können uns das auch nochmal ganz kurz anschauen, wir haben hier auch eine ganz aktuelle Sonntagsfrage vorbereitet, wo man also sieht, dass die FPÖ bei circa 27 Prozent derzeit liegt, also weit vor den anderen Parteien. Die ÖVP kommt laut dieser Sonntagsfrage auf Platz zwei und zwar mit rund 24 Prozent und dann dahinter die SPÖ mit rund 21 Prozent. Also die FPÖ stand jetzt klar an erster Stelle, allerdings, du hast es schon angesprochen, es gibt da derzeit ein Undercover-Video, das für Aufsinn sorgt und wir schauen da gleich mal rein. Auf heimlich gefilmten Partyszenen zweier RTL-Journalistinnen auf einer Feier der rechtsextremen Identitären in Wien fordert eine Besucherin einen Genozid an Muslimen. Deutschland braucht nur einen, 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 einen. Auch die Aussage eines anderen Teilnehmers der Identitärenversammlung in Wien schockiert, macht sprachlos. 88, 88, ich hoffe, er geht nicht. Das sagen wir zwar weniger, aber keiner wäre so zu viel. Zur Einordnung. Im Zuge des Bosnienkrieges werden im Jahr 1995 in Srebrenica in einem Massaker rund 8000 muslimische Männer und Jungen gezielt getötet. Der Internationale Gerichtshof hat das Massaker 2017 als Völkermord eingestuft. Es gibt auch immer wieder Überschneidungen zwischen den Identitären und der FPÖ. Die Blauen distanzieren sich bis heute nicht von der rechtsextremen Bewegung. Im Gegenteil. FPÖ-Chef Herbert Kickl bezeichnet die Identitären sogar als unterstützenswerte NGO von rechts. Kann man den Saga erinnern wir uns alle noch? Eine NGO von rechts hat Kickl eben damals zu den Identitären gesagt. Paul, könnte jetzt diese Nähe der FPÖ zu den Identitären eventuell tatsächlich auch Wählerstimmen kosten? Man wird sehen, was das für eine Dynamik annimmt, glaube ich, relativ schnell in den nächsten Tagen. Es gibt jetzt die ersten Medienberichte darüber. Ich habe den Eindruck, es wird noch nicht ganz, ganz groß gespielt. Natürlich, der politische Gegner, der wird es aufnehmen. Man merkt es auch schon. Die ÖVP geht schon ein bisschen in diese Richtung. Es wird sicher auch, glaube ich, eine Relevanz haben in den Fernsehduellen. Das wird man aufnehmen und das wird man thematisieren, weil es eben auch so visuell ist, weil dieses Bild da ist, weil dieser Saga da ist. Andererseits, die FPÖ distanziert sich klar von diesen Aussagen. Die Identitären selbst distanzieren sich auch auf X klar von diesen Aussagen. Also vielleicht schafft man das auch ein bisschen wegzudrücken. Wie gesagt, das hängt vielleicht auch ein bisschen von der Themenlage ab in den nächsten Wochen. Das kann die Dynamik, glaube ich, annehmen, hängt auch von der medialen Berichterstattung ab und wird definitiv eine Relevanz haben, spätestens in den Fernsehduellen. Paul, das war schon angesprochen. Die FPÖ, die distanziert sich heute von diesem Genozidsager, nicht allerdings von den Identitären selbst. Hören wir vielleicht mal rein, was Christian Hafenecker, der Generalsekretär der FPÖ, da heute zu Protokoll gegeben hat. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob man sich von irgendetwas distanziert, dann sage ich Ihnen ganz klar, wir distanzieren uns ganz sicher nicht, so wie die ÖVP vom Demonstrationsrecht in Österreich. Jeder Bürger hat das Recht, in Österreich demonstrieren zu gehen, vor allem dann, wenn es eine genehmigte Demonstration ist, wie es diese war. Und diese Diskussion mag in die Richtung auch gar nicht mehr weiterführen. Und dass es vielleicht auch freiheitliche Parteimitglieder oder Mitglieder der Jugendorganisation gegeben hat oder sonstige Bürger, die einfach mit der Islamisierung und mit der Zuwanderung, mit der Ungezügel in diesem Land unzufrieden sind, dass die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, dahinter stehe ich völlig und vollkommen. Die Frage ist jetzt, Frau Metzger, reicht das, diese Aussage jetzt von Hafenecker, um sich zu distanzieren? Also ich bin der Meinung meines Kollegen, dass das quasi nächste Woche beginnen die ersten Duelle, es ist die erste Elefantenrunde. Also die politischen Gegner werden auf diesem Thema unheimlich drauf rumreiten, dadurch wird es größer, als wenn jetzt nicht Wahlkampf wäre, weil es jetzt bis am 29. September ein Wahlduell nach dem anderen ist. Ich bin mir auch sicher, dass dann auch der Ausdruck Volkskanzler auch noch dann eine Rolle spielen wird, wie der historisch quasi der Connex dazu ist zu Hitler etc. Das wird bei den Wahlkampfduellen ein großes Thema werden. Also insofern könnte es quasi bei den Wählern schon noch ein bisschen Bewegung bringen. Ich glaube jetzt nicht, dass da große Sprünge drinnen sind. Und es ist natürlich auch dieses Demokratiepaket, dass da die, könnte man sagen, die die FPÖ da in ihrem Wahlprogramm drinnen hat, das ja auch quasi in die Richtung geht, dass Minister entlassen können per Volksentscheid oder Befragung oder 250.000 Unterstützungen. Das wird auch vom politischen Gegner sicher thematisiert werden, weil das ja natürlich die ganze Verfassung auf den Kopf stellen würde. Und da wird man ihn unterstellen, dass er in eine gewisse autoritäre Richtung gehen will. Der politische Gegner wird darauf rumreiten, sagen Sie, das hat er auch heute schon getan. Vizekanzler Werner Kogler sagt unter anderem, kein Fußbreit im Faschismus und spricht Herbert Kickl als Führer der Freiheitlichen an. Das ist natürlich ein gesundes Fressen auch für den politischen Mitbewerber der FPÖ. Ich würde sagen, wir kommen gleich zum nächsten Thema, denn da stellt sich natürlich auch die Frage, hat sich die FPÖ damit jetzt endgültig als Koalitionspartner für die ÖVP-Tis qualifiziert? Und auch das bespricht unsere Kollegin Manuela Reidl in wenigen Augenblicken mit Kanzler Karl Nehammer. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Bundeskanzleramt. Ja, ganz richtig, wir besprechen neue Erkenntnisse zum vereitelten Anschlag auf das Taylor Swift Konzert in Wien, die uns heute aus den USA erreichen. Wir besprechen die vielen, vielen, vielen Entlastungsmaßnahmen für die österreichische Wirtschaft, die Karl Nehammer für den Wahlkampf vorschlägt. Und wie diese vielen Maßnahmen wohl vereinbar sind mit dem hohen Schuldenstand, den wir ohnehin schon haben in Österreich. Wir besprechen umstrittene neue Straßenbauprojekte, überhaupt seine Einstellung zum Klimaschutz. Wir besprechen, welche Koalitionen nach den Wahlen möglich sein werden. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Ja, lang dauert es nicht mehr. Etwa vier Minuten, 20.15 Uhr geht es da nämlich schon los. Ganz genau so ist es. Der Kampf ums Kanzleramt ist damit in vollem Gang. Und eine Frage stellt sich natürlich schon, Frau Metzger, gerade die ÖVP fordert jetzt einige Dinge. Steuersenkungen, mehr Pensionen, strengere Maßnahmen gegen Asylmissbrauch etc. Die ÖVP war aber ihrerseits mehr als 30 Jahre lang jetzt in der Regierung. Ist sie glaubwürdig, ist sie glaubhaft, wenn sie jetzt diese Forderungen aufstellt? Die hätte sie doch schon längst alle selbst erfüllen können. Naja gut, sie waren nie in einer absoluten Mehrheit. Also man hat halt immer einen Koalitionspartner, man muss Kompromisse finden und Kompromisse sind oft mühsam. Und da ist es mal so, da setzt sich einmal der eine durch und dann wieder der andere. Also quasi freie Hand haben sie ja nie ganz gehabt. Aber es wäre jetzt auch irgendwie verwegen, wenn man sagt, ein Kanzler, also derjenige, der der Kanzler ist, darf jetzt kein Wahlprogramm mehr vorlegen, weil er war ja jetzt eh fünf Jahre in der Regierung und hätte es durchsetzen können. Wenn man das so will, dass der Kanzler alles durchsetzen kann, dann müsste man das Wahlrecht bei uns ändern. Und ein Mehrheitswahlrecht machen, das haben wir nicht. Also insofern wird es immer der Kompromiss da sein müssen und nicht jede Partei wird sich in einer Koalition zu 100 Prozent durchsetzen. Das ist ja sozusagen eine Vision, die er vorlegt, wo er dann am Ende alles durchbringt in der Koalition, ist immer offen. Paul, jetzt war die ÖVP aber mit einem vergleichsweise kleineren Koalitionspartner. In einer Koalition hat sich da in vielen Themen sehr wohl durchgesetzt gegen die Grünen. Kann man das wirklich so argumentieren oder hätte da die ÖVP vielleicht durchaus mehr noch durchbringen können, was sie jetzt fordert? Vielleicht hätten sie eine andere Prioritätensetzung haben können. Allerdings, und ich will die Regierung nicht unbedingt nur verteidigen, aber wir hatten eine Corona-Krise, wir hatten eine schwere Krise wirtschaftlich aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Und, was man auch sagen muss, es ist vielleicht weniger Kritik an der ÖVP, aber eher so ein Kompliment an die Grünen für einen kleinen Koalitionspartner, wie du richtig gesagt hast, haben sie taktisch tatsächlich teilweise sehr forsch agiert, haben einiges durchgesetzt. Gerade Leonore Gewessler, die Umwelt- und Klimaministerin und auch Werner Kogler, als es beispielsweise darum ging, ob Sebastian Kurz zurücktreten muss oder nicht, die haben da taktisch nicht unklug grundsätzlich agiert und gewisse Sachen durchgesetzt, auch die man ihnen vielleicht als eben der kleine Koalitionspartner nicht zugetraut hätte. Aber grundsätzlich muss man sagen, eben eine Koalition, egal wie groß die Partner sind, besteht immer aus Kompromiss. Man hat ein gewisses Wahlprogramm, das man sich ausmacht auch davor. Da stehen gewisse Dinge drinnen und die versucht man abzuarbeiten. So ist das Wesen eben einer Demokratie. Das Wesen einer Demokratie ist natürlich auch, dass der Stimmenstärkster normalerweise den Auftrag bekommt, eine Regierung zu bilden. Und dieses Mal wird es ein bisschen komplizierter, Frau Metzger. Es sieht danach aus, als würde die FPÖ klar an erster Stelle landen. Wie ist der derzeitige Stand? Gibt es da mittlerweile ein Abweichen von dieser, man muss schon fast sagen, Doktrin, nur ja nicht mit Kickl in eine Koalition? Bewegt sich da schon was oder ist das absehbar, dass es da keine Koalition mit der FPÖ und der Kickl geben wird? Also ich traue mich jetzt fast Folgendes hier zu sagen. Also wenn Karl Nehammer an der Spitze der ÖVP bleibt, dann und er sozusagen Regierungsverhandlungen machen wird, also im Auftrag der ÖVP wird es keine Koalition mit der FPÖ geben. Scheitert er damit und kriegt nichts mit der SPÖ zusammen und muss dann zurücktreten, dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Frau Metzger, vielen Dank für die Einschätzungen, auch dir lieber Paul, danke fürs Kommen und für die Analyse.